Oh mein Gott! Ja, das sieht schon schick aus. Da hinten ist der Hafen, ich weiß jetzt gerade nicht, ob dort oder in dem Schloss hier. Ich glaube hier in dem... Genau, der Hafen war im letzten Abschnitt praktisch. Jetzt ist hier hinten in der Burg, müssen wir das Ziel eliminieren. So, jetzt aber erstmal gucken, nicht, dass wir drauf gehen. Hui! Ja, genau! Das Strohfedert das ja auch so extrem gut ab. So, jetzt ist es zwar Viertel nach, aber ich will noch kurz hier die Befragung durchführen. Okay, da ist er ziemlich sprachlos. Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur auf der Launen und Anwandlung eines wankelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! An eurer Stelle würde ich gehen, bevor ich richtig wütend werde. Oha, bevor du richtig wütend wirst, ist ja nicht so, als würde ich dich dann einfach umbringen. Wenn ich den jetzt hier schlage, würden ihm die Speckbacken hier helfen. Deswegen verfolge ich ihn lieber nochmal ein bisschen. Er geht ja wohl früher oder später in der Seitengasse. Alter, wie viele hier sind! Ach ja. Ach, scheiße, das dauert mir sonst zu lange. Alter, wie die ja gleich hier einen auf Hilfs-Sheriff machen müssen, ne? Ach, scheiße, das dauert mir nicht so. Bitte Gott um seine Führung! Eure Herzen höre sind, werden wir uns erlöhren! Tapiss dich! Alter! Alter, ich hab den umgebracht. Ich hab den totgeschlagen. Kein Problem, hab ich kein Problem mit. Genug! Was wollt ihr denn? Gold? Ich habe hier etwas Gold. Nehmt es! Ich will nicht auf Gold auf, nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts! Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Wir haben uns von Gott abgewendet. Oh, oh, oh. So. Gut, dann würde ich sagen, haben wir einiges geschafft. Dort gibt es noch einmal Bürger retten. Ach komm, schaffe ich eben noch schnell. Ist ja praktisch um die Ecke. Alter, ich will mein Schwert ziehen. Na gut, wie du willst. Dann halt so. Oh. Gerade ein Leck. Oh, jetzt kommen die Massen. Zu einfach. Erstmal den Großen hier. Oh, hat der mich ausgekontert? Das finde ich ja eine Frechheit. Kann ich aber auch. Ach komm schon. Der Schwächste. Och Mann, er ist da die Qualle im Weg. Der war ein Diener-Gott. Der war ein Diener-Gott. Und ich weiß nicht. Hör mir jetzt. Ich bin der Maul-Kenn-Gott. Bam. Wollen wir nicht abschütteln? Ja. Ja. Ah, verdammt! Das war ja... Oha, Frechheit! Oh! Oh! Uh! Einmal fett durch! Oh! Und der Letzte ist auch tot! So! Meine Fresse, das hat jetzt wieder Zeit gekostet alles! Ups, okay! Ach, verdammt! Den Großen wollte ich eigentlich erwischen! Ach, komm schon! Schieb ab, Junge! Tja, er hätte es mal weniger geredet und mehr gekämpft, was? Kein Ding! Aber denk nicht, dass ich es nicht auf alle geschafft hätte! Trotzdem hat er es gehandelt! Alter, das ist nur Oma! Ich werde es schicken, den Gefallen zurückzugeben! Mach das! Oh nein! Wie schrecklich! So, und ich würde sagen, damit war es das auch schon wieder! Speichert gerade ab! Das passt sehr gut! Ich bedanke mich für's Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao! So, und da bin ich auch schon wieder zurück! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed! Ach, der ist wieder gespawnt! Zack, kriegt erst mal ein Messer ab! Ich hab' nur keine mehr! Uah, das ist natürlich ein bisschen scheiße! Egal! Das war echt, ich lauf' hier grad über die Dächer, du Idiot! Ähm, ja! So, ich musste wieder offline gehen, da wollte der bei Steam zuerst, also wollte Steam zuerst das Spiel wieder installieren, aus welchem Grund auch immer! So, schieb' ab! Und voilà, sind wir drüben auf der anderen Seite! Und tschüss! Ach so, verdammt, Anvisin wär' nicht schlecht, ne? So! Ich weiß noch, in irgendeiner Version, ich glaub' in der PS3-Version oder so, gehört es sogar die Armbrust. Wo ich grad da den Bogen gesehen hab', musste ich an Armbrust denken. Cool, ne Flagge! Sehr schön! Oh, verdammt! Ui! Ja, ich wusste natürlich, dass der Balken da war. Deswegen konnte ich das so ohne weiteres machen. So, irgendwie hab' ich da so'n hässlichen Streifen dran. Ich unterbreche mal kurz die Aufnahme. So, sollte jetzt besser laufen. Und gleich erstmal hier einen ganz weiten Sprung. Ihr dürft nicht hier sein. Ach so. Ja, ich weiß, ich darf nicht hier sein. Und drei Schläge und der ist hier. Alter Schwede, nicht schlecht. Nicht schlecht! So, weiter geht's hier über die Dächer. Wahrscheinlich ist das der Turm da ganz hinten. Ne. Da! Das wird's sein. Oh. Was gibt's? So. Erstmal schön hier abgelenkt. Ich kriech' nicht, ich klettere. Das ist ein kleiner Unterschied. Ach ja. So. Oh. Na, Kumpel? Scher' du dich fort. Platsch. Hä, hä, hä. Schön. So, ich glaube, einmal Bürger retten. Oder ich weiß gar nicht, wie viele Bürger retten noch fehlen. Aber es fehlen, glaub' ich, noch zwei Türme. Wenn ich's richtig im Kopf hab'. Und dann... dürften noch ein oder zwei, ähm, Dingsmissionen anstehen. Story-Missionen, sag' ich mal. Halte Informationen sammeln. Genau, noch einen Punkt. Oh. Ja, noch zwei. Und die sind beide direkt hier. Das ist doch schön. Dann machen wir doch gleich... Ach, das haben die gesehen. Bam. So, was geht ab? Ja, oh, Peace. Obwohl ihr selbst keinen Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Ja. Wäre ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Mal sehen, ne? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Okay. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Schon klar. So, erstmal brauche ich hier noch ein paar Wurfmesser. Wo ist denn das? So ein Specki. Ach, komm. Ach, da kommen gleich die anderen Hilfs-Sheriffs an. Bam, hab ich dem gleich erstmal hier eine gegeben. Oh, ein Bogenschütze kam runter. Zack. Schön in die Leistengegend. Alter, hat er mich hier ausgeblockt, hätte ich fast gesagt. Toll. Sehr schön. Fünf Messer erhalten. Oh, verdammt. Das hat der mitbekommen. Und dann kann ich gleich hier direkt nochmal die ganzen Spaß hier machen. Meine Fresse. Die Bogenschützen leben noch, Alter, hier. Ach so. Ich kelle zurück, wenn das nicht mehr der Fall ist. Ja, ja, schon gut. Hä? Ach, da oben. Okay. Oh, ne Leiter. Das ist doch gut. Aber ich laufe lieber die Wand daneben hoch. Das ist wesentlich eleganter. Ey! Wichser! Na los, komm her. Ach, Mann, ey. Ja, haha. Mein Lieblingskonter. Und das mit, äh, Messer in Fußrammen ist auch ganz geil, muss ich sagen. Kann ich genau sagen, was ich mehr mag. Sind beide ganz geil. Och, Mann. Super. Scheiß drauf. Leitern klebern kann er echt gut. Und dann halt mit Messern, ne? So. Zwei von drei. Da oben ist der letzte. Na los, komm, dreh dich um. Eine Asazine! Tötet ihn! Fuck! Scheiße! Und juhu! Ups! Entschuldigung. Ich bin gerade in keinem wenig stinkig, merkt man vielleicht. Nein, bitte, geht nicht einfach. Nur ein paar Müll. Aus dem Weg! So, Nummer eins hätten wir. Nummer zwei. Und Nummer drei. Was ist hier? Ach, fick dich doch. Das macht er doch mit Absicht. Ach so, jetzt dreht er sich dahin. Ja klar. Not quasi. Nichts. Was ist hier? asing. Auf. Ih... Nichts! 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 Vielen Dank.